Grüß dich. Jetzt gehst du einer Liter Milch sauber wurden. Hab dich vergessen. Die Milch nimmst du halt persönlich, eh nicht. Ja. Hast du schon gehört? Ich hab das gleiche Auto gesehen. Weißt du eh. Weil Leute herzlich ist's. Du brauchst heut mehr, oder? Drei Liter wären gut, ja. Ein Viertel Skalbel könnt ich dir auch bringen. Eigentlich... Ich glaub, ich komm lieber aufwärts zu dir. Weißt du noch nicht? Du gehst halt eh nicht auf mich. Magst du nix? Da. Käpf dahin, oder wenn du auf Diät bist. Wie hättest du so jetzt angeben? Bin ich ja nicht wenig im Schnitzel da. Irgendwas? Halt nicht, Anna. Das geht dir nicht. Gibst du mir Zigaretten? Jetzt freien sie sich. 23 Orms traf Quartes mich ähnlich auf die Gorschen haut. Ja. Dann sterben denen auch weg. Das ist halt so. Du hast recht. Jetzt bin ich eine von denen. Ein paar Häusel weiter hört der Ort auf. Ganz wurscht in welche Richtung das mir geht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich bin schlimmer wie die Schirren Witwen, weil die fahren manchmal in die Stadt und gehen zum Friseur. Ja. Wer denn so lohnt, Haley? Wir haben jetzt come together. Wenn wir zu zweit hingehen, zahlen wir nur 19 Euro. Ja. Ja. Wir brauchen unsere Handels in der Frage. Das ist wirklich wichtig. Wir sehen uns an. Wir sehen uns an. Die Sache. Wir sehen uns an. Wir sehen uns an. Untertitelung des ZDF, 2020